Welche Schwierigkeit? Normal. Ja, Onslaught geht noch nicht. Das ist gegen Bots oder was? Das ist gegen Bots. Du hast so Missionen zu erfüllen, so. Geh nicht aus dem Bereich raus, während der sich fortbewegt, also ein Spaß. Ja los, let's go! Boah, ich hab keinen Bock auf Digga-Flashions. Ich will lieber das Overdrive-Trails aufmachen. Nein, das hab ich auch nicht gesagt, aber was ist das für ein lamer Shit? So, was nehmen wir? Boah, ey, nur diese Champs, warum kann ich nur die Champs picken? Weil es die Champs sind, die den Star-Guardian-Skin haben. Das ist ja gut, gut, dass ich es nicht wusste. Star-Guardian-Ginx. Was nehmen wir hier? Ich nehme die hier mit, ey. Hässliches Zähnchen. Widerlich. Ich freu mich so. Spaß. Hält dich los. Gab's Star-Guardian-Skin? Ja. Star-Guardian-Sulite. Ich hab dich gepickt, weil ich da den Skin habe. Total. Du hast automatisch auf allen den Skin. Ja, jetzt hab ich jetzt auch mitgekriegt. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Das ist quasi eine Promotion für die Skins, die die damit machen. Danke, Raider, wirklich, danke. Ja. Da frisst du eigentlich andauernd, jedes Mal, wenn du im Discord bist. Ich hab kein Armbruch gegessen, aber weil du im Discord bist. Für dich. Ich hab mir aber diese Biscuit-Rolls mitgenommen, damit ich auch mitmachen kann. Aber später, jetzt nicht. Das ist richtig gut. Mmh, lecker, gesalzen, Tocchia-Chips. Ja. Nomnomnomnomnomnomnomnom. Mmh. Das ist der lecker. Mmh. Das ist der dick, man. Mmh. Ist mal jemand. Nice. Erstmal so, ich kann spielen. Hallo? Verdammt. Geiler Skin? Der Skin hat ein geiles Splash hat. Das muss man ihm lassen. Ja, Mann, ja. Der ist wohl auch. Eigentlich mein Skin. Wenn ich mal im F-Spielen sollte, weil ich überlegte, ob ich mir im F-Dings hole. Weil ich mir ja nicht... Oh, ich war mir nicht sicher. Oh, schöne Weep. Oh. Oh. Ist aber auch nicht knackig. Nein. Ich hoffe, es ist auch richtig geil Musik dabei. Was ist denn das für eine Map? Ist das denn... Also, was ist das für eine Scheiße? Wie kann ich einkaufen? Also, was ist denn das für eine Sche... Leute? Hä? Lowering the Star Guardian variant in 120 seconds. Ich kann nicht einkaufen. Nein, erst einkaufen würde ich so sagen. Sonst, ja. Wie kann man einkaufen? Einkaufen. Und schon auf deinen... Recommended. Alte 4. Äh... Early Items. Ach, das habe ich schon. Okay. Muss man irgendwie Pots kaufen oder so? Nee. Kann ich meine... Dings leveln? Ah, ja. Äh... Und jetzt? Wie viele auch Monsters müssen wir jetzt da hier Dings leveln? Achso, gleich Redemption kaufen. Ja. Oh mein Gott! Oh! 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 Müssen wir den Harald da... Müssen wir den Harald da... Ich kann mich nicht bewegen, hallo? Ja. Ich kann mich auch nicht bewegen. WTF? WTF? Ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich stand still. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Das lief mir schon mal richtig gut. Gefällt mir, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich glaub das ist noch ein bisschen nicht optimiert. So, wo ist denn jetzt hier der Dude? Der hat uns, glaub ich, alle so gekillt und jetzt muss erst auf jeden Fall end was. Was ist das? Zumindest nach dem letzten Nightblue Video. Achso. Oh, hier ist ja richtig Rebo, ey. Alter, der muss sich eingreifen und teilen, Alter. Jeder ist direkt da. Jaaaa! Okay, hat denn das hier? Cool down. Steht ja nicht mehr. Doch 120 Sekunden. Okay, Six. Du hast die kleinen Viecher, Köln. Alter, Felix hat schon voll die Ahnung, ey. Vielleicht ist das ein nicer Modus. Boah, ich kann nicht mehr. Ich hab Spaß. Oh, guck mal, hier ist ein Schaukel mit. Oh, hier ist ein Weep Viecher drauf. Hier ist eine Rutsche mit Weep Viecher drauf. Oh, die Musik. Der macht das schon, weil ich guck mir grad so die Map an. Skar, Skar, Skarner! What the fuck? Der kann mich ulten. Lol, der hat ne Ulf. Oh, ist das cool. Shogards kann mich auffressen. Ja, die laufen. Der sieht aus wie Skarner und nicht wie Skarner. Ah, der kann sich an. Save me. Ja, ich glaub's nicht. Nice. Wir müssen ja mal zusammen back holen. It's so much fun. Oh, welch kurz. Alter, kann ich mal aufhören mich abslocken. Oh Gott, das ist so viel auf einmal. Das war grad mal die erste fucking Mission, ja? Ja. Das ist voll geil, Alter. Jaaaass. So, auf zum nächsten. Erstmal kaufen, oder? Erstmal ult, würde ich sagen. Gibt's hier ne Team, die ich kaufen. Also ich kann nichts tolles kaufen. Wie viel Geld habt ihr? Ich hab 1.500 oder so. Ich hab 850.000. 850 hab ich. Schade. 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 Wetten jetzt werde ich erst weg. Oh. Oh. Ah, ich kann nicht weg. Okay, wir werfen jetzt hier nicht raus. Ah, Hilfe! Ich bin ja alleine gegen Tichter. Gegen Space Aids. Oh, hier ist sogar 6. Geh weg von mir. I'm the Healer. Na, wo ist denn der Spaß? Oh, ich hab ein Kill gemacht. I'm so good. I'm strong myself. Ohhhhhhhhhh. Heal Ding. Heal me. Okay. Heal. Sind so good. Ohhhh, guck nur. Ohhhh. Rehees, dass immer nach dem Stream-Modus, wenn wir da wieder normal spielen. Immer Zora Caban. Warum? Und Jedi nicht vergessen. Loot ist auch ein guter Jam. Ich weiß gar nicht, was du hast, ey. Wie lang sind die bitte in Wizzle? Wie lang sind die bitte in Wizzle? Wie lang sind die bitte in Wizzle? Wie lang sind die Wizzle? Aaaaaah. Ich mein, ich glaub ja ja. Lass mal ne Wizzle raus, woher ist. Einfach nur, als du das kannst, oder? Heal. Ohhhh. Nice work. Wir sind so gut. Ohhhh. 5.000 Gold. Nice. Nice. Oh, jetzt sind wir jetzt angelangt hier. Reach the Gold Area. Jetzt müssen wir hier drinnen bleiben und dann... Was ist Jens los? Wir müssen nur bis zum Ende kommen. Wir fehlen 100 Gold, ey. Wir fehlen 800 Gold. Oh. Okay. Was ist, wenn wir wieder rausgehen? Reach the Gold Area. Kannst du schauen? Easy, Junge. Max, ich muss sagen, es war sehr gut, dass wir das mit meiner Maus heute geregelt haben. Nein. Ja? Ja. Das haben wir geregelt, ey. Sonst hätte ich hier mit dem Mitbewegen echt ein paar Probleme. Ah, ich hab geultet. Kleines Vieh. Oh, ich hab auch geultet. Alter, da kann ich mal aufhören, mich zu focussen. Alter. Alter. Alter, die wollen's, ne? What a game. Da war ein bisschen mit Flame, ne? Nein! Schon wieder ich? Get it. Get it. Oh, ist das cool. Ja, da könnt's ihr mal lassen, Dill. Hallo! Oh, einer ist tot. Hallo! Nein! Daniel! Oh nein. Danke, dich viel habe. Danke, dass du Silen skippen, Dill, auf den Champs gemacht. Ja, sorry, der hat ein bisschen Cooldown. Sorry, dass der ein bisschen Cooldown hat. Ich hab 918 Sekunden nicht tot. We did it! Oh, da bin ich, Penny. Nie bimst. Ey, ich hab drei. Ich fehl 50 Gold. Ist das jetzt? Warum bin ich überhaupt fucking... Ah, hier, okay, jetzt. Warum geh ich überhaupt fucking mal an? Ich hab jetzt fucking Uncensored Boys. It's lit. Ich hab... Ich hab eigentlich andere Items hier. Was gibt's denn? Gibt's hier War Mox hier? Natürlich gibt's hier War Mox. Braucht mehr von dem Scheiß. Ich kann hier stacken. Lass mal noch ein bisschen warten. Ich kann mir natürlich hier stacken. Der Spielmus macht so viel Spaß. Lass mal ein bisschen warten. Oh. Nach so schnell haben wir Johannes noch nie getötet. Hold your ground. Okay. Ja, du kriegst den Uncensored-Buff. Hat er keinen Cooldown auf seinem Schalte? Nein. Mal was haltolo. Ich scofftrochen. If Kazoo. Sie lebt oder ihr morgens hier oder ihr werdet ein? Ich kann etwas Recovery gew sociaux machen. Ich soll den turns deine Sons came zu nutzen. Dann könnte ich auch mal das ein Dill Weg von mir! Ja! We did it! Ja! The power of friendship! Ja! So weiter geht's So wie findest du den Ezreal-Skin holst du dir? Auf jeden Fall! Nice! Hast du schon mal die Recall gedrückt? Oder? Ja! Dann hole ich mir auf jeden Fall den Skin Wenn ich mir einen Skin hole dann den Ladies Das ist voll nicht nett also Obwohl wir alles, naja gut Ezreal ist so nah 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 Ahhhh Holy moly Alter! Dodge Action! Woah! Wollen wir mal auf Velcro gehen oder so? Ich bin so glücklich Der nach oben der Ich wär Fälchen denn Hallo Wo sind wir eigentlich meine Heals? Haben wir jetzt nur noch keinen? Ok boys, können wir eng werden Achso ich wusste nicht dass wir Gaurdi Hilfe! Oh Gott! Oh Mann! Oh mach der Oh hier ist was zum Heal Wie machen wir den Heal jetzt hier, he? Das kriegen gerade keinen Fragen Die Ne? Du kannst mit deinem AOE die machen Ja, weißt du ich will ja nicht mal was mit der Weg machen Die kleinen Viecher killen mich einfach, weil ich keine Aue habe. Ich kann nicht zicken. Oh, 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 boys. Oh, what the fuck, da sonst gar nicht. Felix ist dahinten. Wieso ist Felix? Ja, gut gemacht Felix. Ich blame Felix. Felix ist spätting it in. Sorka ist irgendwie nicht so super in dem Schmulus. Schmulus? Ich will einfach Aue. Ja. Ich kann die anderen auch noch auszuholen. Okay, ich bin ihn. Der war der Gold. Ich hab kein Live-Sleeve. Einfach hier geht. Nein. Nein, wir können, wir verloren auch. Ach so. Okay. Weiß, jetzt strecke ich mal ein bisschen an hier. Ach du Scheiß. Oben den. Oben den. Oh, diese scheiß Rana ist noch hier. Ja. Äh. Wir haben uns wieder zu sehr getrennt, ey. Oh, man. Ich versuche euch immer zu folgen. Ja, wie das ist. Wo sind die anderen noch? Richtig schön. Ich bin hier. Oh, das ist Gorilla. Ich bin so lowlife, wenn ich wieder geboren bin. Oh, ich bin geholdet. Hier bin ich. Bar. Hier bin ich. Oh, ich bin staubar. Ich hab einfach nur dauerhaft jetzt. Holy shit ey. Ich weiß, er kann nicht missbrauchen. Ich weiß auch gar nicht was für ein Damage ich bekomme. Ich bekomme nicht mal Geld dafür. Damian, du hättest, glaub ich, äh. Du kennst das geben sollen. Ja, das weiß man ja nicht. Kannst du mir mal sagen können? Ich dachte du kennst das. Lol. Okay, Babys, wir müssen das jetzt schaffen hier. Wir bleiben jetzt zusammen. Können wir den Schwierigen Schwierigkeitenstratsch spielen? Das geht so einfach. Echt? Okay. Das war nicht ganz so schön. Hoffentlich ist der Old Cool Down hier der normale. Nein! Ich hab dafür keine. Wo ist Elise? Da. Panik! Ich spiel kein Dank! Oh, fuck. An wen erinnert mich denn das so ein Rennen? Das ist gut. So, Boys. Ja. Wir fanden den Schwierigkeiten gerade eben so einfach. Dann haben wir überlegt, wir nehmen den schwereren. Und Felix spielt keinen Tank. Let's go! Oh, 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 fuck. Oh mein Gott! What the fuck, warum bewegst du dich? Warum bewegst du dich? Ich wollt grad sagen, die Raider bewegen sich auch noch. Okay, das war... Das war ein bisschen härter. Oh Gott, ich bin hier alleine, das ist nicht gut. Ich fand nur einen. Ich hab den hier drüben dummerweise. Ich habe gecharmed als der Gold. Oh, wow. Ich hab eigentlich geultet, aber er hat mich aus meiner Ult raus bedingt. Unlucky, I guess. Run! Wir müssen uns möglichst hinter die, irgendwie versuchen zu stellen. Oh, ich bin geultet. Die Vichter killen dich, wenn wir keine Aui haben. Ach, scheiß, ich wollte das nix laufen. So, was ist der Plan bei den Großen jetzt? Großen töten. Vielleicht anfangen gleich, aber ich bin ja immer dran. Fuck. Vor allem die... Alter. Weil die gehen ja nicht nur sogar in eine Richtung, sondern die verbeugen dich, ja. 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 Selbst wenn ich einen von den Großen scham, der andere... Oder gar zwei gegen Kreuz. Ja, genau. Wenn ich einen von den Großen scham, der andere von der anderen Seite killt mich mit der Ult, weil die Ult mich einfach hinzumkillt. Wo sind wir da eigentlich dran? Gerade eben, als ich die Kleinen gemacht habe, ging es viel besser. Da haben die Großen mich nicht getroffen. Ja. Oh, das ist so kacke, Alter. Natürlich ist es der Schwierigkeit zwischen Onslaught und Normalen nicht so klar. Weil was soll denn danach noch kommen? Vielleicht ist Ghost einfach der beste Move. Der bessere Zweiter. Let's try Ghost. Gentleman with Ghost. Oh, ich hab ich... Ach, warum hab ich das Ghost mitgenommen, ey? Das sieht irgendwie besser aus wie Depri-Jenner. Guckt irgendwie nicht so fröhlich. Eigentlich mal jemand, der so guckt, wie der Champion ist. Äh, so ein Skin, der so guckt, wie der Champion ist. Okay, wo ist. Na, ist soweit. Wir haben oben einen Heal. Achtung, Achtung, Achtung. Wir haben einen Blasen. Okay, wir haben hier den Kurs mal. Jena ist ja voll brauchen in dem Modus Ah, doch, Jena ist immer behindert Siehst du, diesmal hat man Glück mit dem Modus, was uns angegriffen hat Der Counter S plus Rechts S plus haben wir bekommen Haben die Amor? Hat immer jemand drauf geachtet? Ne, weiß ich nicht Das sind alles Scaries Ich denke mal, Jogard wird Amor haben Ich gehe auf jeden Fall im Modus Dann kann ich ja Borg gehen Na, Leipzig ist doch eh reduziert Ja, trotzdem Ist halt immer noch gut Ja, sowieso nicht mehr viel gehen So Ja Ja Let's go boys Kriegst du uns in die Scala Squishy Soll ich guck mal von oben? Guck mal Okay, nice, nice Hier Eigentlich brauchen wir sie nicht, aber Nehmen wir gleich mit dann Von hinten kommt Rex, von oben kommt Jogard Ja, hier ist ein Weckers Weg nachsehen Was ist das? Was ist das? Wieso habe ich dieses Ding drauf auf mir? Ja Jogard will dich Ja 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 Ich kann mich gar nicht so bewegen Ich hab mich hier geholt Oh mein Oh mein Wollte ich mal zum Schocker durchschlagen Beide laufen Beide laufen Beide laufen Beide laufen So die Endlohn Die Regen ist nicht mehr Alles Okay boys Okay boys Wir haben es fast Noch ein Stage Yes Wenn wir jetzt für jeden Win 3 Versuche brauchen Hab ich richtig Lust den ganzen Tag das Ding zu spielen Glaub ich so Hört mal raus Ich brauch nicht noch mehr Armor Let's go Nice Warum ist deine Ulti noch auf Cooldown bei mir? Jenna Machstoff Bei mir ist deine auch Auf Cooldown Heal oben Oben Weckers Weckers Jetzt kommt er 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 Ich bin tot Ja Ja Boah das wollte ich nicht Ein Brunner Okay Gimme I won't shoot Ich wusste das es nur so ein Gang ist und ich darf mich nicht auf den Film Ja Das ist einfach nur behindert Weil das ist einfach nur ein behinderter Clusterfuck Und jetzt Du kannst nicht mehr irgendwas playen Weil hab ich das Gefühl Weil das ist einfach nur ein behinderter Clusterfuck Wir müssen um die Vakers zu machen Irgendwie mit Rangeform, aber ich komme halt schlecht ran Wir sind fast durch Nice boys Du wuchst den Weltkosten Wie kommen wir an dir ran? Ja Oh Wie geht die Form? Oder? Das war's doch Ich glaube jetzt kommt noch ein letzter Modus Ja Jetzt müssen wir auch den End-Bus fürsehen Kein Problem oder? Der soll doch easy sein Schau mal Vielleicht ist ja ein Joker da, mal Glück Nils ist zu Rift Harrod Ja der hat bestimmt auch viel Leben Ja Ja Das könnte das erste Mal sein Jetzt Bus Ja Es ist ein vieles Loch Was soll man reinfangen? It's a big one Take her out Well hello there Mein Name ist Rift Harrod Das ist nur er Oh nein Ich komme zu dir Am besten um ein Wir bleiben an einer Säule stehen dauerhaft Weil er macht einige Rundumschläge und die sind ziemlich schmerzhaft Au Oben da Ich weiß nicht ob ich wirklich auf den Typen gehen soll Oder erstmal die anderen machen sollte Die anderen? Weil es sind ziemlich viele Spieler hier gerade Ich weiß nicht ob die Top-Hit ist die nicht unendlich aufs Spawn Ach du Scheiße Kannst du hier runterkommen Johannes? Ja ich bin auf dem Weg Aber ich werde die einfach die ganze Zeit genug gehabt Ich will einfach nur Okay Das was er gerade eben gemacht hat Dafür müssen wir uns Ähm Wir müssen uns um eine Säule Säule okay Es ist einfach nur Verfickt nochmal 30 Viech da unten Und ein Rift Harrod Verfickt nochmal Es ist so behinderter Klasse Fuck Alter Ich hab nicht das Gefühl Dass wir irgendwas steuern können Das ist echt Ein bisschen anti-fun No tilt No tilt Nehmen wir die Säule Nehmen wir die Säule da oben Okay Ah sie sind alle down Ja wir sind gestorben durch den Ja wie gesagt Mit Umschlag Verleg ich ihn überhaupt Verleg ich Ja ich bin halt einfach CC'd für Ich werde mal abgeben Ich werde ein bisschen pick Die ganzen Showguts Mh Oh die shit Ja 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 Oder einfach dreimal dann dann Ja deswegen Die ganzen Showguts Machen dich Machen dich perma CC'd Hehehe Okay So lustig ist dieses Spiel We can make it happen Ich glaub daran Wir müssen uns wirklich nur um eine Säule dann groupen Wir gehen dahin wo Daniel ist Weil Daniel ist Weil Daniel ist Wir brauchen Daniel um zu carry'n Ja Weil er hat nichts anderes zu machen außer Daniel zu retten Hier oben Hier oben Oben die Säule Das ist natürlich scheiße wenn wir jetzt den Harald nicht haben Egal Ja Okay Cogmas kommt Wollen wir uns um die Mops jetzt eigentlich zuerst kümmern oder Immer auf der gegenüberliegenden Seite bleiben hier Wenn er grad eh mal er ist Hier die Cogmas Oh ich kann die nicht mal polymorphen Balance Ja wenn die hier dieses Dings haben Achtung Jetzt wieder in die Säule Andere Richtung Hier oben Jetzt müsst ihr hinter die Säule I'm down Holy shoot Das ist halt einfach Die Cogmas bringen uns so Ey er hat nur noch 2.000 AP Leute 20 20.000 AP Okay ich stehe Daniel Aber der Cogmas Ja Ich kriege mich als Objekt Er hat nur noch 18.000 We can make it happen Good try boys Naja Ich würd sagen Ist ein interessanter Spielmodus Bisschen schwierig Schöner Klasse Vielleicht ein bisschen über An Krass Charaktengegnern Finde ich Aber sonst Konzept Mojo Ist aber noch 3.000 Proof Ich würd sagen Müssen wir es machen Tschö Bei Star Guardian Ich hab genug hope Ich hab so viel hope Ich hab so viel hope dann Schöner Ich hab so viel hope Ich hab so viel hope Ich hab so viel hope